Es ist soweit. Die Diskussion um den Schutz der Kinder vor der Geburt bewegt die Gesellschaft und nimmt richtig Fahrt auf. Besser, ich bin die Rosa aus Wien und das ist der Jugend für das Leben, Vlog Nummer 5. In der UE24-Diskussion Schwangerschaftsabbruch, die große Diskussion, diskutieren eine der wichtigsten Vertreter der Abtreibung und Vertreter aus dem Lebensschutz. Tabu-Thema Schwangerschaftsabbruch, die große Diskussion. Die Diskussion auf Klage zeigt, wie wenig sich Fachärzte und Politiker, die sich für Abtreibung einsetzen, um die Fakten kümmern. Als entschiedene Abtreibungsbefürworter wurden der größte Abtreibungsarzt Österreichs, Christian Fierler, und die Bundessprecherin der Sozialistischen Linkspartei, Sonja Krusch, eingeladen. Für die Frauen in Konfliktschwangerschaft und ihre ungeborenen Kinder setzt sich Petra Blonne aus der Stahlheimat ein. Sie ist stellvertretende Obfrau der österreichischen Lebensbewegung. Wie können wir der Frau, der schwangeren Frau, der ungeplant schwangeren Frau Wege eröffnen neben einer Abtreibung? Eine ungewollte Schwangerschaft bedeutet ja noch lange nicht, dass das Kind ungewollt ist und bleibt. Also vielleicht sitzen ja hier in dieser Runde sogar ein paar ungewollte Kinder, die jetzt heiß geliebt werden. Immerhin läuft das Leben ja selbst nach Planung, das macht ja irgendwie sehr Schönheit aus, oder? Und ungeplant ist ja das gleiche wie ungeliebt. Als Jugendlicher hat Petra Blonne selbst abgetreten und sehr stark darunter blickt. Aber davon wollen der Dr. Fierler und sein Kollege Kusch nichts wissen. Gleichzeitig sprechen sie den Diskussionspartnern jeglicher Erfahrung und jeden Sinn für Realität ab. Das Problem ist, dass Sie keine berufliche Erfahrung in der Betreuung von Frauen mit ungewollten Schwangerschaften haben und die Frauen, die zum Abbruch kommen. Herr Dr. Fierler, ich weiß das, ich blicke hier auf eine 20-jährige Beratungspraxis zurück. Als von Abtreibung betroffene Frau kann sie außerdem sehr wohl aus eigener Erfahrung mitreden. Ich bin, also ich hatte selbst mit 17 einen Schwangerschaftsabbruch, aus jetziger Sicht sehr überstürzt, ohne Beratung, viel zu schnell, war überhaupt nicht bereit dafür. Und bereue es bis zum heutigen Tag, dass ich das getan habe. Und habe auch dadurch, dass ich offen begonnen habe, über den Abbruch zu sprechen, mit vielen, vielen Frauen geredet, denen es ähnlich ging und ähnlich geht wie mir. Und da denke ich, da müssen wir wirklich etwas nachbessern in der Hinsicht. Mit dabei war eine Dominikanerinnen-Schwester, Katharina Beifler aus Wien, und sie hat gleich am Anfang die wissenschaftlich fundierte Tatsache betont, nämlich, dass das Leben bei der Befruchtung beginnt und dass es einer Befruchtung einzigartig nie ein anderes Wesen wie ein Mensch hervorgehen kann. Mensch, und zwar irreversibel, da wird kein Frosch draus. Das heißt, wir sprechen ab da schon von einem Menschen, den man töten kann. Den man tötet, ja. Social-Media-Experte Philipp Blomer hat zu treffen da auf den Punkt gebracht. Manche sprechen ja von, das ist eine komische Definition, Zellhaufen, aber ich bin auch heute ein Zellhaufen. Also so gesehen bin ich ein Mensch, aber auch ein Zellhaufen. Von dem her, ich hätte es ungern, dass mich wer weg hätte. Dr. Vierler und Frau Brusch von der Sozialistischen Linkspartei haben sich leider geweigert, über Unterstützung und Alternativen für Familien und Frauen im Frauenschaftskonflikt zu sprechen. Die bochen auf Abtreibung auf Krankenschein, kostenlose Verhütungsmittel, Aufklärung ab dem Kindergartenalter, somit auf das Recht auf Abtreibung. Dr. Vierler spricht sogar von der Prävention von Unfällen, wie er ungeplante Kinder vor der Geburt nennt. So ein Denken ist ein Armutszeugnis und spricht für sich. Die Abtreibungsbefürworter vergessen dabei diese Tatsache. Bei jeder Abtreibung stirbt ein kleiner Mensch, ein Kind mit einem Recht auf Leben. Frauen und Betroffene entscheiden nicht über etwas, sondern über einen Menschen. Sie brauchen echte Hilfe und Entscheidungsmöglichkeiten. Macht euch am besten gleich selber ein Bild über die Diskussion.